Hallo! Vor zwei Wochen habt ihr ja schon Nao kennengelernt und letzten Advent habt ihr meinen Roboter-Kollegen mit ihr in dem Video gesehen. Nun möchte ich mich auch noch bei euch vorstellen. Ich bin Cody und ein Nao-Roboter der neuesten Generation. Außerdem interessieren euch jetzt bestimmt noch die Antworten auf die Fragen von letzter Woche. Also, Silvester kommt im Wörterbuch für Weihnachten. Und Dezember hat als Besonderheit von allen Monaten das D. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent. Bis bald, euer Cody.